Die ersten Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Kabul sind nach ihrer Evakuierung aus Afghanistan zurück in Deutschland. Sie landeten heute am frühen Abend mit einer Linienmaschine auf dem Berliner Hauptstadtflughafen. Eine Maschine der Bundeswehr mit 125 Menschen aus Afghanistan an Bord ist heute Nachmittag sicher in Usbekistan gelandet. Außenminister Heiko Maas sagte, die Luftbrücke werde nun intensiv fortgesetzt, wenn die Sicherheitslage das zulasse. Peter Handjes berichtet. Wie eine erfolgreiche Evakuierung aussieht, zeigen diese Bilder. In einer britischen Luftwaffenmaschine sitzen dicht gedrängt afghanische Zivilisten auf dem Flug in die Freiheit. Und auch dieses Foto zeigt die ganze Dramatik. Mehr als 600 Afghanen, zusammengepfercht in einem US-Airforce-Transporter, nachdem sie zuvor auf dem Flugfeld von Kabul die Maschine gestürmt hatten und mitgenommen wurden. Gerade mal sieben Personen waren es dagegen in der Nacht. Beim ersten Einsatz der Bundeswehr fünf Deutsche, ein Niederländer und ein afghanischer Helfer. Angeblich hätte die Sicherheitslage nicht mehr erlaubt. Dafür klappte die Luftbrücke zwischen Taschkent in Usbekistan und Kabul beim zweiten Flug am Mittag besser. Ein zweiter Evakuierungsflug hat 125 deutsche Staatsbürger, Afghanen und Staatsangehörige anderer Länder in Sicherheit gebracht. 100 weitere Deutsche befinden sich bereits im militärisch gesicherten Bereich des Flughafens. Dort soll die Lage zumindest auf dem von US- und deutschen Soldaten gesicherten Teil des Flughafens inzwischen etwas entspannter sein. Dafür blockieren die Taliban jetzt die Zufahrtsstraßen rund um den Flughafen. So kontrollieren sie angeblich Papiere, die zur Evakuierung berechtigen. Verhindern damit, dass afghanische Ortskräfte, die jahrelang den Amerikanern und Deutschen eine wertvolle Hilfe wahren, unerkannt zum Flughafen kommen. Viele sind von der mangelnden Unterstützung enttäuscht. Wenn die Deutschen uns vor einem Monat oder zumindest vor zwei Wochen gesagt hätten, dass wir euch nicht mitnehmen, dass wir euch nicht helfen, dann hätten wir zumindest nach Pakistan fliehen können. Stattdessen sitzen sie nun in der Falle und fürchten um ihr Leben. Auch, wenn dem ein Taliban-Sprecher auf der ersten Pressekonferenz widerspricht. Alle, die für ausländische Kräfte gearbeitet haben, haben nichts zu befürchten. Aber wir würden uns freuen, wenn sie künftig für uns arbeiten, statt jetzt zu fliehen. Am Ende des Tages sorgen einige Taliban im Vergnügungspark von Kabul für diese grotesken Szenen, als sie schwer bewaffnete Kämpfer auf Autoscootern und Karussells vergnügen. Daniel Koop für uns zugeschaltet vor dem Auswärtigen Amt in Berlin. Daniel, das ist jetzt in all diesen schlechten Nachrichten auch mal eine gute. Die ersten Mitarbeiter der evakuierten deutschen Botschaft in Kabul sind zurück in Deutschland. Sicherlich auch Erleichterungen im Auswärtigen Amt hinter dir. Wie geht es da nun weiter mit der Rettungsaktion von Deutschen, aber auch von ausländischen Helfern aus Afghanistan, aus Kabul? Was hat Außenminister Maas gesagt? Ja, es geht so langsam los und ich glaube, in der Tat ist man hier im Auswärtigen Amt genau darüber erleichtert, weil es gab ja wirklich eine Menge Kritik hier am Auswärtigen Amt, aber auch persönlich auch an Bundesaußenminister Heiko Maas. Der ist ja immer wieder als schlechtester Außenminister seit Jahrzehnten in den sozialen Netzwerken beschrieben worden. Also auf der einen Seite hat das Ganze begonnen. Die Luftbrücke, die ist gestartet von Seiten der Bundeswehr. Da wird es jetzt auch noch weitere Flüge in den nächsten Tagen geben. Frage ist natürlich immer, wie sich dann auch die Lage vor Ort dann auch weiter entwickelt. Aktuell scheint es so zu sein, dass es für deutsche Staatsangehörige oder für ausländische Staatsangehörige relativ problemlos möglich ist, zum Flughafen zu kommen. Allerdings bei den Ortskräften, da sieht das Ganze dann nochmal ein bisschen anders aus. Dazu hat sich der Minister eben auch nochmal bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Annegret Kramp-Karrenbauer, der Bundesverteidigungsministerin, geäußert. Wir hören mal rein, was er gesagt hat. Wir haben im Moment die Situation in der Stadt, dass die Taliban überall Kontrollpunkte eingerichtet haben und damit den kompletten Bereich und das Umfeld rund um den Flughafen in ihrer Hand haben und dort keine Personen durchlassen, die keine, wenn sie nur durchlassen, wenn sie ausländische Staatsbürger sind, aber keine Ortskräfte und keine afghanischen Staatsbürger. Darüber werden wir zu sprechen haben. Darüber befinden wir uns in einem Dialog mit den Vereinigten Staaten, die in Doha auch mit den Taliban darüber sprechen, für diese Frage zeitnah eine Lösung zu bekommen. Also weiterhin eine sehr dynamische Sicherheitslage, die es da vor Ort gibt. Die gute Nachricht wohl an diesem Abend, dass man in der Lage war, ja so eine Schleuse am Flughafen einzurichten, um da ja wenigstens so einigermaßen die Abläufe dann auch unter Kontrolle zu bekommen. Auch die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, sie hat sich geäußert, bis zu 600 Bundeswehrsoldaten, die sollen ja in der nächsten Zeit im Einsatz sein. Ein Einsatz, der sogar bis in den September, so haben wir das gehört, auch noch andauern könnte. Und die Bundesverteidigungsministerin hat heute noch einmal betont, was für ein gefährlicher Einsatz das wirklich auch für die Soldaten ist. Wir hören rein, was sie gesagt hat. Für uns, und das ist der Auftrag, den die Männer und Frauen vor Ort haben, ist ganz klar, solange es irgendwie möglich ist, fliegen wir in dem Maße, wie es irgendwie möglich ist, Menschen aus Kabul heraus, ob es eigene Staatsangehörige sind, ob es Menschen anderer Nationalitäten sind, ob es Ortskräfte sind oder besonders gefährdete Personen. Wir unterstützen und wir tun dies in einer internationalen Gemeinschaftsanstrengung. Und ich bitte sehr, dass wir wirklich allen, den Männern und Frauen der Bundeswehr und die, die sie vor Ort rausholen, die Daumen drücken. Und ich will noch einmal erwähnen, das ist ein komplexer Einsatz und es ist ein gefährlicher Einsatz. Und deswegen sind unsere Gedanken im Moment bei denen, die vor Ort in Kabul sind. Daniel, also ganz klar, ein gefährlicher Einsatz für die Bundeswehr, aber dieses Afghanistan-Debakel setzt ja auch die Europäische Union unter Druck. Da haben sich heute unter anderem die EU-Außenminister beraten. Ist da irgendwas bei rumgekommen? Hat man was beschlossen, um die Situation der Menschen in Afghanistan zu unterstützen, zu verbessern? Ja, also ich glaube, da muss man über zwei verschiedene Punkte reden. Auf der einen Seite gibt es da, glaube ich, große Einigkeit, dass man natürlich die jeweiligen Staatsangehörigen dann aus den einzelnen Ländern auch rausbekommt, dass man auch die Ortskräfte unterstützt. Aber ich glaube, die Sorge ist in ganz vielen europäischen Ländern heute auch auf der Agenda, dass wir etwas noch mal erleben könnten, was wir im Jahr 2015 gesehen haben. Eine große Flüchtlingskrise. Ja, hunderttausende Flüchtlinge, die über verschiedene Routen dann auch nach Deutschland gekommen sind. Und genau so etwas möchte man vermeiden. Und deshalb hat man heute auch noch mal darüber gesprochen, dass es ja wirklich diese Einigkeit möglichst auch braucht. Ganz klar ist natürlich, die unterschiedlichen Länder, vor allem auch wo sie geografisch gelegen sind, haben da teilweise sehr unterschiedliche Wünsche, teilweise sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich denke, es wird jetzt auch sehr wichtig sein, wie man beispielsweise auch mit der Türkei in der nächsten Zeit kommunizieren wird. Die Türkei natürlich eines der Länder, was nicht zur EU gehört, aber was natürlich ein Schlüsselland ist, wenn es darum geht, wie dann Flüchtlingsströme hier auch Richtung Deutschland, Richtung EU auch kommen werden. Denn dass diese Flüchtlingsbewegungen passieren werden, ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Daniel, danke dir ganz herzlich für diese Einschätzung vor das Auswärtige Amt. Das ist mitten in Berlin und von dort schauen wir jetzt nach Usbekistan, nach Taschkent, der Hauptstadt zu unserem Reporter Christoph Wanner, wo ja die Flugzeuge aus Kabul, die Bundeswehrmaschinen, erst mal mit den Evakuierten ankommen. Und inzwischen ist mindestens die zweite Bundeswehrmaschine wohl gelandet. Wie ist der Stand bei dir, Christoph? Ja, so ist es. Die zweite Maschine ist gelandet, circa 130 Menschen an Bord. Und jetzt, wo die Lage sich so etwas stabilisiert hat, will natürlich die Bundeswehr innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Menschen aus Afghanistan rausholen. Es kommt einfach darauf an, wie sich jetzt auch die Lage in den nächsten Stunden entwickeln wird. Bleibt es jetzt einigermaßen ruhig, stabil oder bricht wieder Chaos aus? Das ist alles für mich jetzt im Augenblick äußerst schwierig vorherzusehen. Wir müssen da einfach abwarten und dann immer Tatsachen berichten. Und jetzt zu spekulieren, glaube ich, wäre falsch. Der Wunsch ist da, möglichst schnell zu operieren, auch seitens der Bundeswehr. Ob es dann möglich ist, wird die Nacht zeigen. Es muss eben halbwegs sicher sein, um da diese gefährliche Aktion weiter durchzuführen, hören wir ja auch hier von den deutschen Politikern, Christoph. Nun haben die Taliban heute in einer recht eigenartigen Pressekonferenz offenbar eine Art Generalamnestie versprochen einerseits und rufen sogar Frauen auf, sich an der neuen Regierung zu beteiligen. Sehr ungewöhnlich. Wie ordnest du das ein? Ja, ich denke, das ist jetzt erstmal so ein bisschen ein Ablenkmanöver. Das sind in meinen Augen Lippenbekenntnisse. Die Taliban sind jetzt ganz frisch wieder an der Macht, waren seit 2001 im Untergrund. Sie müssen sich auch erstmal jetzt in den Ministerien in Kabul akklimatisieren. Sie müssen jetzt da eine Regierung bilden. Sie müssen ihre obersten Bosse wieder ins Land bringen. Und da brauchen sie jetzt erstmal keinen großen Gegenwind. Und deswegen denke ich, dass sie sich jetzt da so gemäßigt in Form von Taliban-Leid präsentieren. Nur ich würde diesem Frieden, der da verbreitet werden soll, nicht trauen. Wir kennen die Taliban aus der Vergangenheit. Es sind radikale Islamisten. Es sind Terroristen. Es sind Leute, die mit der Al-Qaida kooperiert haben. Es sind Leute, die Osama Bin Laden beherbergt haben, der ja für die Anschläge auf die USA 2001 verantwortlich ist. Und auf einmal dieser Sinneswandel, wo soll der herkommen? Zumal da die Chefs der Taliban alles alte Kader sind. Alles Männer von damals, aus der Gründungszeit 1994. Und diesen Menschen, wie soll man denen jetzt auf einmal über den Weg trauen? Wo sie doch in der Zeit, in der sie an der Macht waren, bewiesen haben, wie radikal und brutal sie gegen Gegner vorgehen. Christoph, danke dir herzlich für deine Einschätzung nach Taschkent heute Abend. Und während der deutsche Rettungseinsatz in Afghanistan schleppend anlief, hatten andere Länder bereits eher mit der Evakuierung angefangen. In Frankreich sind bereits 40 Menschen angekommen, die zuvor aus Kabul in Sicherheit gebracht worden sind. Weitere Pendelflüge sind nach Auskunft der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly geplant. Auch in Großbritannien sind die ersten Evakuierten gelandet. In den nächsten Tagen sollen noch hunderte weitere Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ja, nur zwei Tage nach ihrem Einmarsch in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die radikal-islamischen Taliban also das Ende des Krieges und diese allgemeine Amnestie verkündet. Jeder sei begnadigt, sagte ein Taliban-Sprecher bei einer Pressekonferenz in Kabul. Deutschland hat die staatliche Entwicklungszusammenarbeit heute mit Afghanistan ausgesetzt. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, man werde Lehren aus den Ereignissen ziehen müssen. Matthias Heinrich berichtet. Ihre Macht stützt sich auf Gewährläufe. Diese Männer haben jetzt wieder das Sagen in Afghanistan. Aufbauarbeit von 20 Jahren zusammengefallen in wenigen Tagen. Bitter für Deutschland und die Verbündeten. Und ein Drama für die Afghanen, die an den Fortschritt glaubten und jetzt den Taliban ausgeliefert sind. Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen. Deutschland stoppt jetzt die Entwicklungshilfe für Afghanistan. Die EU-Außenminister beraten über die zu erwartenden Flüchtlinge und finanzielle Hilfen für Nachbarländer, die Flüchtlinge aufnehmen. Bevor man über Kontingente spricht, muss man erstmal über sichere Möglichkeiten für Flüchtlinge in der Nachbarschaft von Afghanistan reden. Die NATO ist derweil nur noch Zuschauer und appelliert hilflos an die Islamisten. Die Taliban müssen den Wunsch auf sichere Ausreise all jener respektieren, die ausreisen möchten. Der Flughafen, die Straßen und die Grenzübergänge müssen geöffnet bleiben. Ungerührt von der internationalen Kritik an dem Abzug und seinen Folgen zeigt sich der US-Präsident Joe Biden gibt allein den Afghanen die Verantwortung für den Zusammenbruch. Die afghanische Führung gab auf und floh außer Landes. Das Militär brach zusammen, teilweise ohne den Versuch zu kämpfen. Amerikanische Truppen können nicht und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und sterben, den afghanische Kräfte nicht gewillt sind, für sich selber zu kämpfen. Offen bleibt die Frage, ob der Ad-Hoc-Abzug den Zusammenbruch vielleicht erst hervorgerufen hat und mit einem strategischeren Vorgehen hätte vermieden werden können. Sprechen wir über diesen Ad-Hoc-Abzug mit Nancy Lanzendörfer in Washington. Nancy, wie reagiert da eigentlich die US-Öffentlichkeit auf dieses Drama von Afghanistan? Immerhin haben ja zehntausende US-Soldaten dort gedient und rund 1800 auch ihr Leben verloren im Kampf gegen die Terroristen. Ja, massive Kritik zum einen von den Politikern, Demokraten und Republikanern, aber auch viele offene Fragen von etwa von dir angesprochenen Veteranen. War es das wert? War unser Einsatz ist das wert? Mehr als 2000 US-Soldaten sind in Afghanistan gefallen. Mehrere tausend sind zurückgekehrt mit physischen oder psychischen Verletzungen, wenn man so will. Und daher auch Kritik. Jetzt aber ist der Flughafen in Kabul gesichert, so die neuesten Meldungen hier aus den USA vom Pentagon. Und die Evakuierungen laufen weiter. Inzwischen hat man schon mehr als 1400 Menschen evakuiert. Das Ziel ist es, 5000, möglicherweise bis zu 9000 zu evakuieren. Jetzt sind ja auch mehr Soldaten vor Ort am Flughafen. Heute Abend sollen es bis zu 4000 US-Soldaten sein. Also ja, die Kritik, die nimmt nach wie vor nicht ab. Die Evakuierung am Flughafen, die ist jetzt wieder in Gang. Und vielleicht auch noch mal ein paar Stimmen vom Pentagon von Major General Taylor. Der Flughafen von Kabul ist weiterhin gesichert. Aktuell ist er für militärische Flüge und vereinzelt auch Linienflüge geöffnet. Letzte Nacht konnte militärisches Equipment und ungefähr 1000 Truppen nach Kabul befördert werden. Sieben Flieger konnten bereits aus der Hauptstadt abheben. So wurden ungefähr 700 bis 800 Personen ausgeflogen. Die Evakuierung wird ab jetzt schneller gehen. Aktuell kann pro Stunde ein Flugzeug starten und landen. Wenn alles gut geht, können so 5.000 bis 9.000 Personen pro Tag ausgeflogen werden. Nancy, das ist ja nun der Notfallplan angesichts der dramatischen Situation. Aber bleibt US-Präsident Joe Biden trotz der schnellen Rückkehr der Taliban bei seinem strikten Nein zu einer Rückkehr der US-Truppen nach Afghanistan? Oder ist da noch irgendwie ein Sinneswandel denkbar? Nach den Bildern, die wir gesehen haben aus Afghanistan, haben wir gestern Abend zum ersten Mal Joe Biden hier am Nachmittag gesehen. Endlich wieder, haben einige gesagt, denn nach den letzten Tagen hat man ihn weder von ihm oder ihn vor allem nicht gesehen. Gehört hat man von ihm am Samstag nur in einer Presseerklärung. Und da ist er eben aus Camp David hier nach Washington gekommen zu einer rund 19-minütigen Rede. Ist dann aber wieder nach Camp David zurückgefahren, zurückgeflogen auf den Landsitz des Präsidenten sozusagen. Und er hat nochmal betont, was er vorher schon gesagt hat, dass er eben überzeugt ist, dass er an seiner Entscheidung festhält. Und dass er beispielsweise ja sich mehr oder weniger bestätigt fühlt mit seiner Entscheidung. Und dass er eben sagt, auch wenn man ein Jahr oder fünf Jahre länger geblieben wäre, dann wäre die Situation nicht anders. Denn Schuldzuweisungen gibt es vor allem in Richtung der afghanischen Armee, dass die eben nicht gekämpft hat. Also wir wissen, Joe Biden schon vor seiner Präsidentschaft, während seiner politischen Karriere, kein Befürworter des Krieges. So ist er auch in den Wahlkampf getreten. Also er bestätigt jetzt, was er damals im Wahlkampf gesagt hat. Ja, er will die US-Soldaten aus Afghanistan abziehen. Er bestätigt nochmal seine Entscheidung von vor ein paar Tagen, beziehungsweise vor ein paar Monaten mit dem Rückzug. Also er bleibt dabei, auch nach diesen Bildern jetzt. Nancy, danke dir für deine Einschätzung vor das Weiße Haus in Washington. Die Taliban haben nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan nun zum ersten Mal, ich habe es vorhin kurz erwähnt, eine Pressekonferenz veranstaltet. Dabei sicherte ein Sprecher der Taliban zu, dass es keine Vergeltungsaktionen gegen ehemalige Feinde geben werde. Er versicherte auch, dass Frauenrechte im Einklang mit dem islamischen Recht gewahrt werden würden. Zudem sollen unabhängige private Medien uneingeschränkt arbeiten können. Experten zweifeln allerdings an diesen Versprechen. Berichterstatter von vor Ort berichten bereits von Hinrichtungen, Hausdurchsuchungen und Zwangsehen. Wir sind sehr hoffnungsvoll, wenn in Afghanistan der Krieg beendet ist, dass wir eine wirtschaftliche Infrastruktur haben werden. Wir werden also sehr ernsthafte Schritte unternehmen. Die islamischen Emirate zeigen allen Bürgern, dass wir in kürzester Zeit in der Lage sein werden, einen positiven Wandel zu erreichen. Die ganze Situation der Menschen wird sich verändern. Jeder Afghane will ein besseres Leben. Aber trotz aller dieser Versprechen, Angela Merkel zeigt sich besorgt über die Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan. Aktivistinnen hierzulande warnen auch eindringlich davor, diesen Versprechen der Taliban zu glauben oder zu folgen. Vor dem Präsidentenpalast in Kabul demonstrierten heute fünf Frauen für mehr Rechte. Und das ist in diesen unruhigen Zeiten wirklich mehr als mutig. Alba Ahlers mit den Einzelheiten. Wie sieht die Zukunft für Frauen in Afghanistan aus? Wie werden die Mädchen aufwachsen? Frauenrechtsaktivistinnen weltweit machen mobil und fordern so viele Frauen und Kinder wie möglich, vor dem Terrorregime der Taliban zu retten. Die islamistischen Kämpfer geben sich derweil aufgeklärt. Im inzwischen von den Taliban kontrollierten Staatsfernsehen verkünden sie eine Amnestie. Das islamische Emirat Afghanistan ist bereit, den Frauen ein Umfeld zu bieten, in dem sie arbeiten und studieren können. Und die Präsenz von Frauen in den verschiedenen Strukturen gemäß dem islamischen Recht und in Übereinstimmung mit unseren kulturellen Werten zu gewährleisten. Doch wie glaubhaft sind solche Ansagen? Afghanische Aktivistinnen in Deutschland warnen davor, dem Ruf der Taliban zu folgen. Wir wissen ganz genau, dass es eine Falle ist. Das heißt, sie werden in die Schule gelockt, um dort vor Ort dann abgeschleppt zu werden, getötet zu werden, weil sie die Sprache der Ungläubigen sprechen. Shakila Nawazi ist vor 25 Jahren aus Afghanistan geflohen und berichtet von aktuell anstehenden Zwangsheiraten. Die haben einfach in Dörfen und in Provinzen gesagt, sollen alle Frauen, die ledig sind, von 12 bis, weiß ich nicht, sogar Witwen, die müssen einfach bereit sein, dass die Frauen für die Taliban zu werden. Vor allem westlich orientierte Frauen sind gefährdet. Geschäftsfrauen, die in den letzten Jahren ihre Chance genutzt haben. Wenn die Taliban kommen, wird keine von uns überleben. Ich weiß, dass wir getötet werden. Die Frauen und Mädchen Afghanistans hoffen auf die Hilfe der Weltgemeinschaft. Sie werden hoffentlich nicht enttäuscht. Und zugeschaltet ist mir jetzt Birgitta Hahn von Terdefem. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Sie betreuen ja ein Bildungsprojekt für Frauen und Mädchen in Afghanistan, halten ständig Kontakt natürlich auch zu Ihren Mitarbeiterinnen. Wie viele sind es? Wie geht es denen? Was berichten die Ihnen? Ja, also man muss sagen, wir entsenden ja selber gar keine Fachkräfte, sondern wir arbeiten ausschließlich mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen. Unsere Partnerorganisation in Afghanistan war in Herat, in der Provinz Herat, tätig. Es sind ungefähr 18 Mitarbeitende, die sich auch aktuell alle versteckt halten. Die Projektarbeit ist schon seit Beginn der letzten Woche komplett auf Eis gelegt worden. Alle sichtbaren Zeichen, die in irgendeiner Form auf das Bildungszentrum verweisen könnten, sind entfernt worden. Die Arbeitsmaterialien wurden auch tatsächlich komplett vernichtet. So groß ist die Angst, so groß sind die Befürchtungen vor möglichen Vergeltungsschlägen gegen die Frauenrechtsaktivistinnen, die in dieser Organisation aktiv waren. Wie schwer ist es für Sie, mit Ihnen Kontakt zu halten? Und jetzt sollen Sie natürlich nicht die Ziele nennen, aber wo verstecken die sich? Unter welchen Umständen leben die Frauen jetzt momentan? Also es ist wirklich eine sehr prekäre Lage. Die Frauen, die Mitarbeitenden, es sind auch zwei Männer dabei, muss man sagen, halten sich alle an wechselnden Orten versteckt. Also ändern häufiger auch ihre Verstecke. Das sind alles private Kontakte, das sind keine Safe Houses. Die Frauen oder die Mitarbeitenden generell haben gar kein Vertrauen in die Safe Houses vor Ort. Hatten auch die Befürchtung, dass das die prioritären Angriffsziele der Taliban sein könnten. Das heißt, alles über private Netzwerke und die Kontaktaufnahme ist tatsächlich erschwert, weil es auch oft Stromausfälle gibt, weil die Internetverbindung natürlich nicht stabil ist. Wir haben aber Verbindungspersonen, die Afghaninnen und Afghanen sind, auch außerhalb von Afghanistan, über die dann die Kommunikation etwas leichter funktionieren kann, weil wir selbstverständlich durch Mailkontakt, durch direkten Telefonkontakt diese Mitarbeitenden dann auch in Gefahr bringen könnten. Ist es denn nun das Ziel, alle diese Personen außer Landes zu bringen oder sagen einige oder alle, wir wollen in Afghanistan bleiben? Wie ist da momentan die Situation? Also momentan konzentrieren sich unsere Anstrengungen schon sehr stark darauf, diese Mitarbeitenden alle inklusive auch ihrer Familien außer Landes zu bringen. Die Frage ist noch offen, ob das dann zwangsweise Deutschland sein müsste, ob es nicht auch ein sicheres Nachbarland wie zum Beispiel Usbekistan sein könnte oder auch vielleicht der Iran, der ja am nächsten an Herat liegt. Gut, im Iran wissen wir jetzt mittlerweile auch, die Lebensbedingungen für Geflüchtete sind dort auch durchaus sehr prekär. Aber im Moment gilt es einfach abzuwarten, ob sich überhaupt noch irgendeine Evakuierungsmöglichkeit ergibt. Wir sind da auch in engem Austausch mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Krisenstab selbstverständlich. Und die Mitarbeitenden selbst würden auch gerne nach einiger Zeit ihre Arbeit in Afghanistan fortsetzen. Aber es ist völlig unsicher, wie jetzt sich die Lage dort weiterentwickelt. Das gilt es einfach auch abzuwarten. Und die Sicherheit steht natürlich jetzt ganz prioritär im Vordergrund. Das heißt, die Arbeit ist momentan natürlich überhaupt nicht möglich. Können Sie uns ganz kurz ein Beispiel nennen? Was haben Sie dort gemacht? Wie sehen diese Bildungsaufgaben, die Sie betreut haben oder die Menschen, die Sie betreut haben, aus? Ja, das Bildungszentrum, was unsere Partnerorganisation dort aufgebaut hat, die haben Alphabetisierungskurse, Berufsbildungskurse verschiedener Art und sogenannte Empowerment-Kurse angeboten. Bei Empowerment-Kursen geht es vor allen Dingen um Aufklärung von Frauen und Mädchen über ihre eigenen Rechte, um Handlungsoptionen auch im Gewaltfall, um Konfliktmediation, aber auch um persönliche Entwicklung, Businessplanung, also Gesundheitsvorsorge, verschiedene Kurse zur Stärkung sozusagen auch ihrer Selbstbestimmung. Ja, und die von der Zielgruppe her ist in aller Regel waren das Mädchen und Frauen aus der Region, also aus der Provinz Herat, die sehr häufig in sehr prekären Bedingungen leben. Also ob das jetzt finanzieller Natur ist oder rechtlicher, die auch sehr häufig Rechtsverletzungen bereits erfahren haben und eben mit diesem Bildungszentrum auch einen sicheren Ort des Austausches jenseits männlicher Sphären hatten. Sie nennen da Selbstbestimmung, Rechte, Dinge, die zumindest in Deutschland eigentlich ganz normal sind für Frauen. Trauen Sie denn jetzt den Taliban auch, was die Amnestie versprechen, vor allem aber die Einbeziehung von Frauen in die Regierungsarbeit auch angeht, in irgendeiner Weise über den Weg? Nein, also wir beurteilen das wie der Kollege vorhin, der aus Usbekistan zugeschaltet war. Also wir beurteilen das wirklich sehr kritisch. Die Frauen vor Ort haben wirklich überhaupt gar kein Vertrauen in die Taliban. Zu sehr sitzt ihnen einfach noch die schmerzhafte Erinnerung an die Schreckensherrschaft werden 1996 bis 2001 in den Knochen. Und es ist auch so, dass uns da widersprüchliche Meldungen erreichen. Heute Morgen habe ich noch mit unserer Verbindungsperson telefoniert, die sagte mir, in Herat war es so, dass im Rathaus die neue Crew vorgestellt wurde, natürlich bestehend ausschließlich aus Taliban-Kräften. Und da war auf jeden Fall gar keine, also keine einzige Frau dabei. Da ist ein Gruppenbild entstanden mit den Mitarbeitenden des Bürgeramts dort. Und vorher, das wurde uns nochmal bestätigt, von Seiten unserer Partnerorganisation hatten dort mehrere Frauen gearbeitet. Also es sieht für uns momentan nicht danach aus, als ob Frauen jetzt maßgeblich an der politischen Gestaltung oder in irgendeiner anderen Form an der Mitgestaltung dieser Neuausrichtung, dieser Geschicke des Landes sozusagen beteiligt werden. Sehr schwierige Situation. Ich wünsche allen Ihren Mitarbeitenden alles Gute und dass sie gesunder rauskommen. Birgitta Hahn war das von Terre des Femmes. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.